Servus! Hi Sven! Also, hier sind wir zum Kaffee Campus. Das wurde frisch renoviert. Wir haben hier vorne Sitzecken. Hier haben wir die Bar. Hier kann man gemütlich was trinken. Und dann gibt es hinten noch einen zweiten Raum. Ich würde sagen, den schauen wir uns mal an. Genau, den schauen wir uns an. Hier ist wirklich alles ganz neu. Rund um die Raum, der Boden, die Decke, die Wände. Alles natürlich neu verlegt. Und hier haben wir unser Spiele-Center mit Billard und Tischkicker. Cool, danke! Sehr schön! Hallo! Hallo! Hier haben wir eine kleine Sitzecke. Und jetzt schauen wir uns noch den Lernraum an. Allesvitik. Koffie Hier unten ist der Lernraum für die Studenten. Hier gibt es bewegliche Tische, dass die Studenten sich das so zusammenstellen können, wie sie möchten. Es gibt einen großen Bildschirm, wo man Präsentationen erstellen kann oder auch Sitzecken, wo man dann gemütlich an Projekten arbeiten kann. Und jetzt könnt ihr euch auch hier mal weiter umschauen. Es gibt auf jedem Stockwerk Lerninseln für die Studenten. Hallo! Hier unten ist unsere Cafeteria und ein paar Sitzgelegenheiten zum Mittagessen oder auch zum Lernen, wenn es ruhig ist. Servus, hi Tim. Servus. Hi. Hier sind wir zum Boulderraum. Das ist der Tim, der hat die Leitung hier im Boulderraum. Dann könnt ihr gerne besuchen, kommen, hier austoben. Ja, gucken wir sonst mal ran. So, jetzt sind wir im oberen Bereich vom Boulderraum. Hier kann man gemütlich beisammen hocken. Hier gibt es auch ein bisschen was zu trinken und ein bisschen was zu knabbern. Und hier gibt es auch eine Leinwand. Das heißt, wir schauen auch manchmal irgendwelche Filme oder so. Das kann man einrichten. Das ist noch nicht genau geplant. Das hier ist einer von fünf Computerräumen hier am Standort in Göppingen und jetzt könnt ihr euch mal umschauen. Das hier ist unser Kraftraum. Der dient für die Studenten zum Ausgleich zum Studium. Das hier ist unsere Aula. Hier finden alle Vollversammlungen oder große Veranstaltungen statt. Und jetzt könnt ihr euch einfach mal umschauen. Und jetzt könnt ihr euch einfach mal umschauen. oder das? Bis zum nächsten Mal.